So jetzt sind wir im Part von Rocket League. Leute was ist hier passiert? Es ist alles anders. Kutzt es dir an. Ich bin Level 1. Oder was heißt das? Männliche Herausforderungen. Erzieht 3 vorderen Online-Spielen. Liegt ein Tor gewinnen zu sein Online-Spiel. Benütze die schnellen Chats schön oder guter Schuss in einem Online-Spiel. Okay. Also die Klamotten passen mir. Okay. Ich schlotte. Ich spiele vorher. Ich spiele Among Us. Among Us ist ja ziemlich geheim gerade. Und das sind hier geladen. Among Us ist auf meinem Online-Kanal geladen. Das passen Gruppen-LP. Ja. Bei den Spielen wo ich mit, äh. Bei den Spielen wo ich mit Leuten zusammenspiele. Da oder nicht rede. Das machen wir bei Among Us immer. Guck mal im anderen Kanal. Gucken wir mal. Ähm. Extra Modus. Rumble. Ja. Das Spiel. Suche läuft da. Was müssen wir suchen. Die Fasche. Gucken wir mal. Also muss ich vorlage machen und ein Tor schießen. Und es ist schön mit uns in Online-Spielen. Schönen Tor. Ja. Das war's. Die Aufgabe habe ich gefüllt. Aber wenn ich das richtig getrennt habe, damit gibt es nur noch diese Aufgaben. Ja. Das ist unbestimmt hier Leute. Boah. Geil. Schön. Ja. Leute. Das sind einspielen hier. Boom gemacht. Scheiß. Ich dachte das sind meine nicht zu. Äh. 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 Das war eine Scheiße für die Leute, Season 1, Season 1, läuft Season 1 schon? Wer hat denn das gemacht, die standen so dritt vom Tor, oder? Das war ein scheiß Winkel. Der ist voll gut der Typ, der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Wer auch, ich möchte den Club einladen, falls es den noch gibt, den Club. Ja, was soll ich denn machen, ich bin der Scheiß geflogen. Das war zum Scheiß verurteilt. Shit! Shit! Alter! Was hat das leider gemacht? Torschuss! Nein! 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 Es wäre so schön drin gewesen, aber er hat sich noch verzogen... Schätzi Schätzi Komm schon Schätzi Oh Leute Ah fucking Ich glaube ich habe einen schönen hingelegt irgendwie Nicht so gut aber Einigermaßen Shit Naja ist nicht schlimm Es ist nicht so an zu schlimm Ja Ich muss das nur irgendwie durchhalten Ich bin 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 Es war auch Die Aufgabe Ich soll ein Tor schießen Hab ich jetzt auch gemacht Schaut nicht da wie Schaut nur Ich soll ein Tor schießen Ja, dass wir immer gewonnen haben. Jetzt wird er uns machen. Den Stunnen. Gewonnen! Jawohl! Mein Name ist geblieben. Warte, was für die Arme? Stürme von Schreck, jetzt gehen wir mal zurück. So, jetzt zeig ich mal, was es jetzt da verändert hat. Ich habe, glaube ich, alle... Ich habe zwei aufgemacht. Jedenfalls habe ich die Tür abgeschossen und... Ja, drei Forderungen müssen wir machen. Ah! Ah! Ich kann jetzt hier holen! Öffnen! Ja! Okay! Zelle der Kind spielt das, Leute! Okay! Habe ich das überhaupt nicht? Habe ich nicht? Habe ich nicht? Habe ich nicht? Habe ich nicht! Ich schätze, was ich glücklich hier einzuschrieg 근데... Super. Wo ist es sonst nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es war nicht unten. Ich weiß nicht wirklich. Er muss jetzt nicht! Ich weiß nicht. Oh Gott. Rokkepast Premium. Okay. Rokkepast. Nein. Nein. Wie kann ich den Logo Plus Premium kaufen? Nee. Wie kann ich den Logo Plus Premium? Ich habe Geld bekommen. Ich könnte einen Prim Pass kaufen. Aber dazu muss ich ihn erst mal finden. Ich muss ja keinem mit dem Leifen mehr anziehen. Okay, was gibt es denn immer? Oder so einen ähnlichen? Ich suche diese Reifen mit diesen Totenköpfen. Was sind denn die? Auf Reifen, da ist nämlich so ein Totenkopf drin. Hä? 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 Wo sind denn die Reifen hin? Warte, ich habe die auf jeden Fall. Aber hundertprozentig. Hä? Hä? Warte, wo sind die hin? Ich hatte die doch mal. Oder habe ich die noch? Hier ist sie. Okay. Ähm, dann tun wir noch. So. Ja, wie kaufen wir den Pass? Wie kaufen wir den Pass? Ja. Wie kaufen wir den Pass? Er war Drogge Pass Premium. Ja. Wo kriege ich den? Wo kriege ich, äh, Drogge Pass Premium? Wie kriege ich den Pass Premium? Wie kriege ich den Premium Pass, Leute? Leute, kann das niemand sagen? Ok, pass hier ist es doch, ist es das? Ok, pass hier ist es doch, ist es das? Ok, pass hier ist es doch, ok, pass Da ist es dann im Dezember, da ist es September Oh, der läuft schon an, oh shit Ich habe den nicht gesehen, wenn der mal oben stand Ja, ich möchte gerne Premium holen, X 1000, den kaufen wir uns, habe ich Ja, die Bearbeitung, zack Leute Und jetzt, wir kommen schon So, jetzt können wir hier alles wieder sammeln Leute, doch geil Jetzt hier drei Folien spielen, ich spiele fünf Online Spiele, werde zweimal bester Spieler Online spielen, zweimal, Gott Und jetzt habe ich hier auch diese Premium Herausforderung Ja, fünf Online Spiele können wir spielen Erfolge ziehen und ihr müsst den Ursprung gewinnen Ok Ja Leute Das war's, das nächste Mal nicht vergessen Müsst ihr immer kommentieren, teile mich Abonnieren Das nächste Mal Tschüss Tschüss Tschüss